Grüß euch! Heute referiere ich über Norbert Hörsters ethischen Ansatz aus seinem Buch Ethik und Interesse Stuttgart 2023. Hier ist das kleine Büchlein vom Hörster. Norbert Hörster ist ein zeitgenössischer deutscher Jurist und Philosoph. Norbert Hörsters ethischer Ansatz ist nonkognivistisch, individualistisch und interessenfundiert. Er geht also von Interessen, die einzelnen Individuen auch wirklich zugeschrieben werden können, aus. Er ist demnach der Meinung, dass sich Moralnormen prinzipiell nicht erkennen lassen und nicht objektiv begründet werden können. Dass aber gewisse Moralnormen intersubjektiv begründbar sind. So, das ist seine These. In diesem Zusammenhang kritisiert er beispielhaft das Naturrechtsdenken und den Intuitionismus, Kant's kategorischen Imperativ, die Diskursethik von Habermas und den utilitaristischen Ansatz von Heer. Seine Überlegungen führen den Autor zu der Annahme, dass es generell unwahrscheinlich ist, ein Verfahrensprinzip zu finden, das zu einer Moralbegründung von objektiv begründeten Moralnormen führt und einer rationalen Kritik standhält. Anders verhielt es sich mit seinem Vorschlag einer interessenfundierten Ethik, die gleichzeitig individualistischer Art ist. Dabei geht es dem Autor aber um rationale Interessen, das heißt, die gewählte Handlung sollte geeignet sein, das jeweilige Interesse zu befriedigen. Dazu bedarf es dann auch eines gewissen Grades an Informiertheit. Der Wünschende ist über jene Aspekte der Wirklichkeit informiert, die für seinen Wunsch relevant sind. Und Urteilsfähigkeit. Er muss fähig sein, rational zu handeln und fähig und bereit sein, sich den Gegenstand seines Wunsches klar und ungeschminkt vor Augen zu führen und sich alle wesentlichen Eigenschaften des betreffenden Gegenstands vor Augen führen zu können. Eine rationale Handlung lässt sich seiner Meinung nach solche Art auf rationale Wünsche zurückführen. Die Grundeinsicht von Hörster, auf der seine Ethik sozusagen aufruht, ist nun diese, dass es Moralnormen gibt, die in jedermanns Interesse liegen. Er begründet hier also nicht objektiv, sondern intersubjektiv. Der Autor stellt das dann an einigen Beispielen, wie zum Beispiel dem Tötungsverbot exemplarisch vor. Das sieht dann so aus. Ein Individuum hat ein überragendes Interesse daran, nicht getötet zu werden. Da es sich um ein dauerhaftes Interesse handelt, hat es auch ein Interesse daran, dass ein Tötungsverbot in der Gesellschaft, in der er lebt, Bestand hat und dort umfassende Zustimmung genießt. Denn wenn die Norm Geltung im sozialen Umfeld hat, wird sie auch wirksamer sein. Eine Norm wie etwa, man darf keinen Menschen außer x töten, das wäre eine Diskriminierung, wäre deswegen nicht rational, weil dann jeder Bürger befürchten müsste, irgendwann selbst Opfer einer solchen Diskriminierung zu werden. Deswegen hat jeder Bürger ein Interesse daran, dass solche Diskriminierungen ausgeschlossen werden. Jeder sollte dann auch diese Norm nach außen vertreten, um ihre Wirksamkeit zu sichern. Normen also, in denen Eigennamen unelelimierbar vorkommen, betrachtet Hörster als nicht, also nicht als moralische Normen. Zum Beispiel jeder außer Norbert Hörster darf nicht töten oder man darf keinen Menschen außer Norbert Hörster töten. Grund? Derartige Normen fehlt in der Regel, jede realistische Chance allgemein vertreten und akzeptiert zu werden. Das bedeutet, dass es auch bei seinem Konzept einer subjektivistischen Begründung das Gebot der Verallgemeinerung gültig ist. Für Hörster ist die Wirksamkeit oder Geltung einer Norm dann in meinem Interesse, wenn ich von der Norm in dem Sinne profitiere, dass ihre Geltung der Realisierung meiner Interessen dient. Es geht hier also um Moralnormen, die in jedermanns Interesse liegen, von deren Geltung jeder Mann profitiert. Als weitere Normen, die sich auf diese Weise begründen lassen, nennt er die Normen der körperlichen Unversehrtheit, der Bewegungs- und Handlungsfreiheit, das Lügenverbot, die Normen Verträge und Versprechen zu halten und das Diebstahlverbot. Allerdings, so Hörster, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich eine Moralnorm in einem tatsächlich alle Individuen umfassenden Sinne begründen lässt. So ist es zum Beispiel denkbar, dass es Menschen gibt, denen es gleichgültig ist, ob sie weiterleben oder von dem Nächstbesten getötet werden oder denen die Möglichkeit des Tötens wichtiger ist als der eigene Selbstschutz. Hörster weiß, dass sein Ansatz in solchen Fällen eine Norm nicht mehr begründen kann. Allerdings weiß er auch, dass die Erfahrung zeigt, dass Menschen in gewissen elementaren Fragen unter der Rationalitätsbedingung der Urteilsfähigkeit und der Informiertheit durchaus gleichgerichtete Interessen haben. Hier ist also eine nach menschlichem Ermessen weitestgehende intersubjektive Begründung mit seinem Ansatz möglich. Andere Normen dagegen sind dann eben nur weitgehend oder partiell mit seinem Ansatz begründbar. Wichtig ist es, Hörster, bei diesem Zusammenhang auch festzustellen, dass die eigenen Interessen nicht nur egoistische, am eigenen Wohlergehen orientierte Interessen sein müssen, sondern in unserem Interesse liegt es in der Regel auch, das Wohlergehen uns nahestehender Personen zu berücksichtigen oder andere altruistische Interessen zu verfolgen. Als Begründung, warum es rational ist, dann auch wirklich moralisch zu handeln, die Begründung wurde ja oben bereits geliefert, führt er den Gesichtspunkt der drohenden Sanktionen im Verweigerungsfall, den Grund des Vorteils persönlicher Integrität und den Grund der Einstellung der Fairness an. Alles Gründe, die normalerweise als Durchweg rational anzusehen seien. Und das ist schon in Kürze das ethische Konzept von Norbert Hörster. Ihr könnt ja mal drüber nachdenken, ob euch das irgendwie überzeugt. Ich sage da mal Tschüssi. Ciao.